Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast so richtig losgeht, möchte ich euch unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. Resos Consult ist eine Personalberatung der neuen Generation. Das Team hat nicht nur ein großes Netzwerk jahrelanger Expertise im Bereich der Personalbeschaffung, sondern geht auch neue und unkonventionelle Wege, um die besten Kandidaten für euer Unternehmen zu finden. Active Sourcing und der Einsatz von neuen Medien und Kanälen gehören ebenso zu der Arbeitsweise wie die Kommunikation mit den Kandidaten auf Augenhöhe. Genau hier steckt einer der Erfolgsformeln. Anders als bei vielen anderen Personaldienstleistern bezahlt der Auftraggeber erst nach erfolgreicher Vermittlung. Recruitment ohne Risiko auf höchstem Niveau. Wer denkt, dass dies nicht geht, sollte mit Resos Consult Kontakt aufnehmen und sich überzeugen lassen. Resos hat Spezialisten und erfahrene Recruiter im Bereich digitales Business, Bauwesen und Maschinenbau. Lasst euch überzeugen, am einfachsten direkt unter resos-consult.de slash kontakt. Es wird dieser Tage viel über das Thema Remote Jobs auch im engeren Zusammenhang mit New Work gesprochen, beziehungsweise nicht nur gesprochen, sondern werden diese Themen immer relevanter und wichtiger auch in unserer Gesellschaft beziehungsweise im Unternehmertum. Ganz kurz, in dem Zusammenhang zu New Work habe ich bereits einige Podcast-Episoden aufgenommen. Beispielsweise erkläre ich in einer Ausgabe, was ich unter New Work verstehe, weshalb es ein großes Thema bereits heute ist. Also, was versteht man unter New Work? Wie KMUs mit New Work nicht nur eine neue Energie, sondern auch Flexibilität und Produktivität ins Unternehmen bringen können und einiges mehr. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes wie immer. In der heutigen Podcast-Episode möchte ich das Thema Remote Jobs etwas ausführlicher mit euch besprechen. Wir besprechen, was Remote Jobs genau sind, welche Vor- und Nachteile es gibt und was man sonst noch Wichtiges zum Thema wissen sollte. Fangen wir zunächst einmal mit einer kurzen Definition an. Was sind Remote Jobs überhaupt? Remote Work ist ein Trend, der scheinbar nicht mehr aufzuhalten ist. Das habe ich bereits im Intro gesagt. Das Arbeiten von zu Hause, von einem Coworking-Space oder jedem anderen beliebigen Ort wird immer häufiger praktiziert. Und Remote Jobs können dabei sowohl für den Praktizierenden, also für den Arbeitnehmer, als auch für Unternehmen eine sehr, sehr gute Option sein, um qualifizierte Mitarbeiter ins Unternehmen überhaupt erstmal zu holen, sie zu binden und letztendlich insgesamt flexibler zu werden. Zudem steht die These im Raum, dass Remote Work insgesamt ein besseres Wohlbefinden und eine bessere Work-Life-Balance bedeutet. Wenn man also eine Definition zu Remote Jobs aufstellen sollte, ist ein Remote Job letztlich nichts anderes, als dass ein Arbeitnehmer nicht fest im Büro, also im Office, sondern an irgendeinem anderen Ort arbeitet. Meist im Homeoffice, aber durchaus auch die Möglichkeit, mobil von unterwegs aus zu arbeiten, also das Thema mobiles Büro, die Arbeit im Café, wenn man hier Inspiration sucht, im Coworking-Space oder wo auch immer. Insbesondere die jüngere Generation der Millennials, wie man so sagt, oder auch die Generation Y, kommen vermehrt diesem Wunsch nach, selbstbestimmt arbeiten zu können. Es gibt sicherlich Grenzen und auch Tätigkeiten, die als Remote Job nicht in Frage kommen. Ein Verkäufer im Einzelhandel, ein Arzt oder Notar, viele andere Jobs, die man im ersten Moment aber gar nicht auf der Uhr hat und mit Remote Jobs verbinden würde, eignen sich hingegen sehr wohl. Auch Jobs im Management können Remote umgesetzt werden, wenn nicht Vollzeit, dann aber zumindest Teilzeit, auch dazu komme ich später nochmal. Durch die heutigen Möglichkeiten der Kommunikation und auch des kollaborativen Miteinander, des Miteinanderarbeitens, ist auch durchaus das denkbar. Ob immer sinnvoll, wie gesagt, dazu kommen wir später. Jobs, in denen man beispielsweise schreibt, programmiert, designt, telefoniert oder organisiert, eignen sich auf jeden Fall für einen Remote Arbeitsplatz. Aber, wie gesagt, hier sind der Kreativität und letztendlich der Umsetzung keine Grenzen gesetzt. Es muss passen und es muss auf das Unternehmen letztendlich abgestimmt werden. Schauen wir uns zunächst einmal die Vorteile an, die Remote Jobs mitbringen. Zum einen wäre da das Thema Produktivität. Arbeitnehmer, die zufriedener sind und ihre Arbeit gerne machen, arbeiten in der Regel produktiver. Auch wissenschaftlich durchaus nachgewiesen, dass Homeoffice beispielsweise die Produktivität fördern kann, da die Ablenkung von anderen Kollegen, spontan Unterbrechung durch Meetings, eine verlängerte Mittagspause, was auch immer, letztendlich wegfallen. Zu Hause hat man seine Ruhe, spart viel Zeit, da auch hier mögliche längere Anfahrtswege zum Büro nicht mehr stattfinden und die gewonnene Zeit dann mit Familie, Freunden oder wie auch immer letztendlich sinnvoll genutzt werden kann. Und hier wären wir auch schon beim zweiten Vorteil. Remote Jobs sind durchaus familienfreundlich. Zwar ist dieser Aspekt nicht immer nur als Vorteil zu sehen, ich komme gleich bei den Nachteilen auch noch dazu. Aber wer Arbeit und Privates trennen kann, wird Remote lieben und schätzen lernen. Ich habe es auch einige Zeit gemacht und kann da auch aus Erfahrung sprechen, über mehrere Jahre habe ich von zu Hause aus für meine Kunden gearbeitet. Und häufig sind es die kleinen Dinge, die auch das Familienleben, wer halt Remote arbeitet, positiv verändern lassen. Man kann die Kinder in die Schule bringen oder in den Kindergarten, man kann auch alternativ mit dem Hund spazieren gehen oder eben die gewonnene Zeit viel effizienter das Leben gestalten kann und mehr Zeit für die, ich nenne es mal, wesentlichen und wirklichen Dinge des Lebens hat. Der nächste Vorteil, der Anfahrtsweg, das Pendeln fällt weg. Das darf man nicht unterschätzen. Das Pendeln, also der Anfahrtsweg zum Unternehmen, ist ein häufiges Thema in unserer Gesellschaft. Zumindest dann, wenn man eben nur von zu Hause aus arbeitet, nicht in einem Café oder Coworking Space. Denn Pendeln stresst. Je weiter man pendeln muss, desto mehr. Es kostet viel Zeit und Nerven, auch wenn man das nicht wahrhaben will. Alleine, wenn man bedenkt, wie oft ein Pendler im Stau steht. Wenn ihr mit dem Auto also unterwegs seid oder ein Zugverspätung hat oder gar ausfällt. Mehr als 50% aller Arbeitnehmer pendeln heutzutage in Deutschland und sicherlich auch ein Grund, weshalb immer mehr Menschen Remote Work bevorzugen bzw. sich danach sehnen. Das Wohlbefinden, Gesundheit spielt auch eine Rolle. Denn das Zusammenspiel vieler Faktoren, die ich eben zum Teil schon erwähnt habe, führen letztendlich dazu, dass man sich wohler fühlt. Und Menschen, die Remote arbeiten, können meist auch etwas länger schlafen und die gewonnene Zeit für ihr Wohlbefinden nutzen. Beispielsweise Joggen gehen, wer zu Hause arbeitet, kann frisch kochen, muss keine Convenience-Produkte aus dem Supermarkt zur Mittagspause essen. Theoretisch könnte man bei schönem Wetter auch an der frischen Luft arbeiten, im Garten, auf der Terrasse oder sonst so. Also wer sich wohler fühlt, wer sich gesünder ernährt, wird insgesamt seiner Gesundheit einen positiven Dienst erweisen. Ein weiterer Vorteil ist, dass man auch das Thema Remote Jobs Schritt für Schritt einführen kann. Beispielsweise kann ein Mitarbeiter vielleicht zunächst mal zwei bis drei Tage von zu Hause arbeiten und den Rest dann fix im Office sein. Das heißt, so eine Art Übergangsphase kann geschaffen werden, es kann getestet werden, ob es für den Mitarbeiter sinnvoll ist, ob es für das Unternehmen sinnvoll ist. So kann man, wie gesagt, auch testen, ob man wirklich produktiver arbeitet, ob man der Typ ist, der zu Hause arbeitet. Auch das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Man muss da auch ein Stück weit für in Anführungszeichen geboren sein. Stichwort Selbstdisziplin, das Trennen von Privatem und Arbeit und, und, und. Die Option, allein aber Remote Jobs ausüben zu können, kann ein extremer Vorteil auch gegenüber Wettbewerbern darstellen. Da komme ich gleich noch zu. Ein nächster Vorteil sind sicherlich auch signifikante Kosteneinsparungen. Wer im Homeoffice arbeitet, benötigt keinen eigenen Arbeitsplatz, kein Internet, kein Telefon, keine andere Hardware, die im Büro fest eingeplant werden müssen. Das Unternehmen kann Office Space zumindest mittelfristig einsparen, selbst auch Nebenkosten einsparen, beispielsweise wenn es kostenloses Essen, Getränke, Goodies für Mitarbeiter gibt. Ein Arbeitnehmer, der Remote arbeitet, muss eben selbst Strom, Wasser, Getränke, Heizkosten und was es ansonsten noch gibt und anfällt, selbst bezahlen und organisieren. Auch Jobtickets oder Zuschüsse können eingespart werden. Auch das hat zum Teil signifikante Kostendarstellungen bei einem Unternehmen zur Folge. Dann ein nächstes Thema, Mitarbeiter binden. Für Unternehmen kann die Option, Remote Work anbieten zu können, ein echter Wettbewerbsvorteil sein. Ein zufriedener Mitarbeiter ist viel wert und kann unter Umständen auch wesentlich enger ans Unternehmen gebunden werden. Denn letztlich ist für viele Unternehmen schlussendlich nicht immer das Gehalt entscheidend, sondern vielmehr weitere Parameter spielen heutzutage eine Rolle und nehmen Einfluss auch darauf, wo ein Arbeitnehmer letztlich arbeiten möchte und wie lange man ihn auch ans eigene Unternehmen binden kann. Und in dem Zusammenhang muss man auch das Thema Recruiting oder den gesamten Recruiting Prozess berücksichtigen. Denn in Zeiten von Fachkräftemangel kann Remote Work eben dazu führen, dass man auch die richtigen oder die besten Leute für das eigene Unternehmen gewinnen kann. Denn immer mehr Menschen, auch in Fach- und Führungspositionen, wollen häufiger remote und selbstbestimmt arbeiten. Beispielsweise ist es für ein mittelständisches Unternehmen, was nicht im hippen Berlin oder in irgendeiner anderen Großstadt ansässig ist, unheimlich schwer geeignetes Fachpersonal und Experten für das Unternehmen zu gewinnen. Wer von zu Hause aus arbeitet beispielsweise aus Berlin oder sonst wo und das Unternehmen ist in der Eifel beispielsweise ansässig, wird eher potenzielle Mitarbeiter, potenzielle Fachkräfte für sein Unternehmen begeistern können als jene, die darauf bestehen, dass ein Arbeitnehmer, der in Berlin wohnt, vielleicht in die Eifel umziehen muss. Also alleine zu dem Thema könnte man glaube ich eine ganze Podcast Episode zu aufnehmen. Das würde aber an dieser Stelle letztendlich zu weit führen, kommen wir stattdessen zu den Nachteilen von Remote Jobs. Wo Vorteile sind, klar gibt es auch Nachteile und es gilt sich letztlich selbst auch ein Bild zu machen bzw. für sein Unternehmen zu entscheiden, ob die Vor- oder Nachteile für das Unternehmen überwiegen. Und ich würde sagen, schauen wir direkt mal rein. Nachteile ist sicherlich das Thema, ich habe es mal unter Einsamkeit zusammengefasst oder Isolation. Und das Wir-Gefühl, das gemeinsame Miteinander am Arbeitsplatz, das fällt eben bei den Menschen weg, die remote arbeiten, zumindest zum Großteil. Es ist extrem schwer, diesen sozialen Charakter zu fördern. Und hier ist es ganz extrem wichtig, dass die Kommunikation möglichst transparent ausfällt und eben die sozialen Aspekte, die wegfallen, in irgendeiner Art und Weise vielleicht wettgemacht werden. Durch regelmäßige Meetings, Veranstaltungen, was auch immer. Man muss schon sehr viel Selbstdisziplin und auch Verständnis für den Remote Job mitbringen und muss das Ziel und den Sinn immer wieder vor Augen halten. Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man in Anführungszeichen als Einzelkämpfer zu Hause sitzt und dann wirklich versucht, hier entsprechend Top-Leistungen zu bringen. In dem Zusammenhang muss man sicherlich dann auch das Thema Disziplin und Selbstmanagement nennen. Wer remote arbeitet, lässt sich unter Umständen auch gerne mal von der Familie oder anderen Dingen ablenken. Dann kommt der Handwerker, die Frau kommt, der Mann, der Hund oder das Kind, der mal kurz die Aufmerksamkeit möchte, sodass der produktive Arbeitsprozess schon mal hier und da ins Wanken geraten kann. Wie bereits beim Vorteil, dass Familien von Remote Jobs profitieren können, kann dieser Aspekt sicherlich auch als Nachteil gedeutet sein, wenn man eben zu viel Privates nicht von der Arbeit trennen kann. Und auch das Selbstmanagement ist ein Thema. Ein weiterer Nachteil, dass sicherlich auch der Informationsfluss leiden kann. Also wenn mehrere Menschen dezentral arbeiten, kann der Informationsfluss dahingehend auch in Stocken kommen, dass eben mal so der Flurfunk, der Schreibtischfunk oder das spontane Schwätzchen am Arbeitsplatz, möchte ich mal nennen, entfallen. Da ist es besonders wichtig, dass man eine transparente Kommunikation pflegt. Hier gibt es glücklicherweise extrem viele gute Tools, die ich auch zum Teil hier im Podcast schon vorgestellt habe. Der Austausch auf kurzem Weg entfällt. Mal eben der spontane Talk mit dem Chef auf dem Flur oder mit Mitarbeitern. Und schnell kann man sich als Remote Worker, so möchte ich es mal nennen, auch als fünftes Rad am Wagen sehen, wenn eben die Kollegen in der Abteilung, die vor Ort sind, mehr Informationen haben als jene, die eben dezentral und nicht im Office arbeiten. Und um dem vorzubeugen, gibt es, wie gesagt, einige hilfreiche Tools und Werkzeuge. Ich verlinke das ein oder andere, beziehungsweise den ein oder anderen Podcast, den ich dazu zu dem Thema aufgenommen habe, in den Shownotes. Also schaut dort auf jeden Fall vorbei. Dann ein weiterer Nachteil, ich habe es mal unter Karrierechancen zusammengefasst. Wer im Office vor Ort sitzt, der kann natürlich dem Vorgesetzten, seinem Chef, einfach durch seine Präsenz, sein gezeigtes Engagement wesentlich einfacher diesem zeigen, dass man der richtige Arbeitnehmer ist, dass man vielleicht auch für Höheres sich empfehlen kann. Das ist schwieriger, wenn man letztendlich nur das Ergebnis sieht, aber nicht, wie er im Mitarbeiter arbeitet, wie effizient, wie er das Unternehmen nach außen repräsentiert, wie er im Team mit anderen zusammenarbeitet und, und, und. Da gibt es also schon gewisse Einschränkungen. Das mal vielleicht zu den Nachteilen. Es gibt sicherlich noch hier und da weitere Vor- und Nachteile, aber ich glaube, das sind so die wesentlichsten Dinge. Und die Frage, die hier immer wieder aufkommt, ob Remote Jobs nur für bestimmte Branchen letztendlich geeignet sind. Ich hatte es anfangs schon mal gesagt, ja, bestimmte Tätigkeiten sind hier sicherlich zu nennen und nicht jede Tätigkeit kann remote sinnvollerweise umgesetzt werden. Aber grundsätzlich, wenn es darum geht, ob es Einschränkungen für bestimmte Branchen geht, dann muss die Antwort hier sicherlich lauten, es kommt darauf an. Denn einige Beispiele, wo Remote Jobs nicht funktionieren, hatte ich erwähnt. Wenn es aber um reine Tätigkeiten geht, die für die Remote Arbeit prädestiniert sind, gibt es aus meiner Sicht keinerlei Beschränkungen auf eine Branche. Auch auf Management-Ebene, habe ich ja bereits schon gesagt, sehe ich diese Option zumindest teilweise. Ein Manager, der fünf Tage die Woche remote arbeitet, ist aus meiner Sicht nicht optimal platziert. Diesem aber flexibel die Möglichkeit zu geben, die Arbeit ein- oder zweimal pro Woche beispielsweise von zu Hause zu erledigen. Sehr wohl. Und es gibt immer mehr Manager, die ein oder zwei fixe Tage im Homeoffice verbringen. Insbesondere auch Frauen, die ihre Kinder dann nachmittags aus der Kita holen können, mit ihrem Hund spazieren gehen können oder was auch immer. Also es gibt hier schon einige Ansatzpunkte und es muss nicht immer nach dem Motto ganz oder gar nicht laufen. Remote Jobs in allen Ebenen einzuführen kann eine Option sein, unter Umständen ein Prozess, den man mit den Mitarbeitern eng abstimmen sollte, testen kann, um wirklich verschiedene Dinge zu überprüfen, was Produktivität an, was Flexibilität angeht, was Kommunikation angeht, was Transparenz angeht. Also all das sind Themen, die sollte man natürlich letztendlich berücksichtigen. Und ich befasse mich sehr viel mit dem Thema Remote Work und New Work und all diese Themen sind auch in meinen Unternehmen oder bei den Unternehmen, die ich berate und begleite, sicherlich ein Thema. Und meine Erfahrung sagt mir, dass man sich grundsätzlich solchen Themen nicht verschließen darf. Insbesondere bei vielen KMUs erlebe ich es noch, dass das Thema New Work oder Remote Work ein Tabuthema ist. Wer aber in Zukunft richtig aufgestellt sein möchte, Experten und Fachwissen in sein Unternehmen bringen möchte und auch dann, wenn man nicht in den hippen Großstädten wie Berlin oder München, Hamburg sein Office hat, dann sollte man sich mit dem Thema Remote Jobs durchaus beschäftigen. Und wie geschildert, kann man ja eben auch Teillösungen anstreben und das Ganze Step by Step erst einmal testen und einführen. Mich würde an dieser Stelle interessieren, was denkt ihr über Remote Jobs? Habt ihr Erfahrungen sammeln können? Plant ihr vielleicht den Switch zu Remote Jobs mit eurem Unternehmen? Teilt es mir gerne unter podcast.digitales-unternehmertum.de mit. Sprecht mir einen Audiokommentar gerne unter digitales-unternehmertum.de slash eure-fragen auf oder besucht uns auf Facebook, auf der Facebook-Seite digitales-unternehmertum. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen inspirieren, mitnehmen, was Remote Jobs, was Remote Work bedeutet, welche Chancen man durch Remote Jobs bekommen kann. Sicherlich sollte man die Nachteile im Kopf haben und auch hier entsprechend entgegenwirken, wenn sich abzeichnen sollte, dass die Nachteile vielleicht immer mehr in den Vordergrund rücken, das Unternehmen letztendlich hemmen. Auch das sind Themen, die darf man nicht schönreden, sondern sollte man insbesondere entsprechend berücksichtigen, beziehungsweise am besten. Und das empfehle ich hier, das mit einem Team letztendlich oder mit dem einen oder anderen konkreten Mitarbeiter austesten. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis dahin. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet. Gerade, wenn ihr keinen Podcast künftig mehr verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen haben solltet, Themenwünsche, Interviewpartner, schreibt mir an podcast.digitales-unternehmertum.de. Vielen Dank.